Verbinden Sie HUB mit dem Praxisnetzwerk. Fertig. Was? Jetzt. Genau. HUB mit dem Praxisnetzwerk zu verbinden ist wirklich so einfach. Schau mal, sobald HUB im Netzwerk eingesteckt ist, ist er sofort für alle Geräte sichtbar. In jeder kompatiblen Software erscheint jetzt ein HUB-Icon. Mit einem Klick ist er sofort verbunden. Jetzt gibt es einen Datenstand für alle Geräte. Patientendaten sind überall gleich. Wurden sie schon mal beim Röntgen oder bei einem Scan eingegeben, müssen sie nicht noch mal eingegeben werden. Und Scandaten sind überall verfügbar, auch wenn die Geräte ausgeschaltet sind. Nicht schlecht, oder? Und jetzt kommt das Beste. In einer zentralen To-Do-Liste erscheinen alle Fälle mit ihrem aktuellen Zustand. So kann man zum Beispiel im Praxislabor auf einen Fall zugreifen, der gerade noch mit der CEREC-Einheit aufgenommen wurde. Restauration konstruieren, ausschleifen, fertig. Und jede CEREC-Einheit speichert sofort ihre Daten auf dem HUB. Und dort gibt es auch eine zweifache Kopie davon. So gibt es optimale Sicherheit gegen Datenvernust. Einfach, oder? Wie. Wie? Wie. 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 Bis zum nächsten Mal.